Die sind wieder da. Baby ist da? Nein, es traut sich noch nicht. Ach, es ist schon wieder gegangen, das Baby. Ach, die Mama hinterher? Mama ist da? Ach, es geht wieder. Versuchts, versuchts. Sei vernünftig, Kleine. Nur wenn du es schaffst, darfst du. Nein, es geht wieder. Und Mama redet wieder mit ihm. Ah, Baby ist noch da? Es versucht wieder zu klettern. Und Mama redet wieder mit ihm. Paul, guck mal. Das Baby gibt nicht auf und die Mama auch nicht. Wenn das Baby dann da ist, dann muss es ja auch wieder wegkommen. Na ja. Das ist so vernünftig vom Baby, dass es abwartet. Aber es will es, weil es gibt hier Futter. Und Wasser. Ich glaube, das Baby interessiert sich eher fürs Wasser. Weil noch trinkt sie ja Milch. Ja, die Mutter säugt noch. Hat ja noch die Zitzen. Aber vielleicht soll ich ja dann anfangen, alleine zu fressen. Ja klar, zeigt ihr die Mama. Paul, Baby kommt. Ah, dreht sich schon wieder weg. Oh, Paul, 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 schau mal. An dem dünnen Ast hat es sich gehangelt. War schon viel mutiger. Mama ist noch da? Mama frisst. Oh, Baby ist da. Paul, Baby ist da. Guck mal. Oh, Paul. Guck mal, hier bei uns. Pauli. Baby. Hier. Guck mal. Guck mal. Oh, die gehen in die Kiste. 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 Oh, die gehen. Das ist doch eine Mama, die macht sich Sorgen. Sie kennt mich, trotzdem macht sie sich Sorgen, spring rüber, Baby wartet, Knautschuhr, Baby geht's gut, Baby ist hier, Baby ist hier, Knautschuhr, ja komm rüber zu Baby, komm rüber. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was macht das da? Das ist ja fast auf das Junge aufgesetzt. Na ja, ich geh jetzt mal. Papa, schau, oben auf den Zimbelkraut. Ah ja. Du hast dich da ein entspanntes Kötzchen rausgesucht. Ups. Das Junge kann auch schon den Säulenapfel klettern. Und ich schau, das ist ja fast auf das Junge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.